Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir nehmen unser Zeichen, um es neu zu vergeben. Ich rieche ihre Angst. Wie jemand stirbt, offenbart, wie er gelebt hat. Ich rieche ihre Angst. 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 Davonrennen haben im Leben stillgestanden. Es stecken noch kleine Stücke von ihnen zwischen meinen Krallen. Hören Sie sich an! Federn, die auf frischen Schnee herabfallen. Morgen ist eine Hoffnung, nur ein Versprechen. Die Verkaufung ist eine große Herausforderung. Die Verkaufung ist eine große Herausforderung. Ein Gegner wurde getötet. Das ist ein Gegner. Läuft! Mal ein blasser Mann mit dunklem Haar, der sehr einsam war. Alle Dinge müssen diesem Mann begegnen, deshalb mieden sie ihn. Hat er sie alle gejagt? Er nahm eine Axt und schlug sich selbst in zwei in der Mitte durch. Damit er immer einen Freund... ...einen Freund haben würde. Jeder Tag bedeutet... ...fressen. Folge ihrer Fährte. Alles besteht... Sie werden uns alle kennenlernen. Irgendwann. Heile dich laut. Friedlich gehen Sie dahin. Und hungrig folgen wir. Es gibt so viele Arten zu sterben. Wie lang werden wir zusammen sein? Für immer und ewig. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ein Verbündeten wurde früher. Der Wolf jagt, weil die Verkaufung in den Pilzen sind. Das Leben hat nicht aus einem Wiggen geblühten. Ich bin ein 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 Wiggen geblühter. Ich rieche Ihre Angst. Sie wissen, wir werden kommen. Dennoch sind Sie nie vorbereitet. Ich rieche Ihre Angst. 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 ARD Text im Auftrag des WDR Hingerichtet. Jene, die vor dem Tod davonrennen, haben im Leben stillgeschlagen. Es stecken noch kleine Stücke von ihnen zwischen meinen Krallen. Jene, die vor dem Tod von ihnen. Ich bin ein Schuss, aber ich bin ein Schuss.